...noch wirklich noch ernsthaft für normal zu befinden. Das ist doch krank, was du da machst. Das ist doch wirklich nur ekelhaft und krank. Der armen Mensch. Ach, ihr seid einfach nur Abzocker und Betrüger. Mehr seid ihr nicht. Ja, Abzocker. Unser Gespräch ist aufgenommen. Ja, ganz genau richtig. Und das kommt dann auch bei YouTube. So, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch zwei Anrufe mitgebracht. Tja, und beide Abzocker konfrontieren wir damit, was sie für einen Job haben. Ich wünsche euch viel Spaß. Erstmal mit dem ersten Anruf. Schönen guten Morgen, Elias Bodes. Mein Name ist Swiss Safeway. Was für den? Von Swiss Safeway. Sie haben es ja gemeldet, es ist Online-Trading. Na dann, sag mal E-Mail-Adresse. Nee, Adresse. Wie heißt denn die Firma genau? Swiss Safeway. Also S-W-I-S-S-S-A-S-E-S-A-S-E-S-A-S-E. Genau. Ja. W-A-Y. W-A-Y, ja. Genau. Und dann? Genau. Sie haben sich heute Morgen angemeldet für das Online-Trading um 8 Uhr. Um 8 Uhr, natürlich. Da habe ich noch nicht geschlafen. Okay. Mit wem spreche ich denn da gerade? Ja, mit denen, den Sie angerufen haben. Sie müssen ja wissen, mit wem Sie sprechen wollen. Ja, genau. Automann. Ja. So, jetzt brauche ich hier mal bitte die ganze Domain, nicht bloß die halbe. Punkt. Und dann? Punkt. Punkt. Ja, geht schon gut los. Der Typ, der meint, ich hätte mich um 8 Uhr morgens bei seiner Webseite angemeldet. Wie ihr wisst, tja, vor 12 Uhr passiert bei mir eigentlich in der Regel relativ wenig. Das heißt, gar nichts. Also ich kann mich gar nicht bei ihm angemeldet haben auf der Webseite, sondern man hat einfach meine Daten dort eingetragen. Tja, das ist typisch für diese komischen Trading-Betrugs-Webseiten. Gibt's nicht, die Seite. Die Seite wurde nicht gefunden. Die Seite gibt's, die haben auch zwei E-Mails von uns bekommen. Ja, geht ja bei mir nicht auf. Dann, äh, sag mal nochmal die Domain. S-W-I. S-W-I. Hm? S-S. S-S. Dann nochmal ein S. Noch ein S, ja. Also für Safe. Hm. A-F-E. A-F-E. Hm? W-A-Y. W-A-Y. Punkt. Punkt. Hm. Jetzt kommt hier was mit so blauer Vierecke. Ja, da hab ich mich heute Morgen nicht angemeldet. Die haben, nee, die haben sich bei BILD angemeldet. Und das ist ein Werbeportal. Man kann ja nicht direkt bei BILD handeln. Wir sind ein Handelsportal. Nee, bei BILD hab ich mich auch nicht angemeldet. Tja, genau genommen ist diese Antwort nichts anderes als eine Lüge. Natürlich kann man bei der BILD nicht handeln. Aber die BILD weiß von diesem Beitrag auch überhaupt nichts. Und die Webseite, die stammt auch nicht von der BILD. Denn ich habe mich ja lediglich auf der Webseite, also die Domain oben ist schon ganz anders, ne? Also es wird aber ein BILD-Logo oben drüber geklatscht. Und dann steht hier, die Höhle der Löwen macht Schweizer Reich mit Öl. Die Folge darf nicht ausgestrahlt werden. Der Sender ist wütend. Das ist absoluter Blödsinn. Das ganze Ding ist erfunden, erlogen und eine komplett ausgedachte Geschichte. Und das Logo von BILD wird hier missbraucht. Das Ganze ist nichts anderes als eine Betrugswebseite. Außerdem habe ich mich hier nicht um 8 Uhr morgens angemeldet, sondern irgendwann den Tag zuvor abends. Und bekomme dann am nächsten Morgen um 8 Uhr einen Anruf mit der Meinung, dass ich mich da um 8 Uhr angemeldet haben sollte. Also völliger Blödsinn. Stimmt nicht. Es ist alles gelogen und erfunden. Und die ganze Geschichte ist von vorne bis hinten einfach nur faul. Das war so eine Seite mit Höhle der Löwen, aber die waren von BILD. Okay. Ja gut, aber machen wir mal weiter ein Programm hier. Gut, Sie haben auch heute bei Klaus.Klabautermann eine E-Mail von uns gekriegt. Zwei Stück. Ja. Ich kann ja mal reingucken. Bei euch tutet es im Telefon. Das kann sein, dass meine Sitznachbarin ist. Und warum telefoniert ihr auf Lautsprecher? Nein, tun wir nicht. Ja, aber warum tutet denn das denn? Also jetzt tut es gerade gar nichts mehr hier. Doch, man hört noch was tuten. Haben Sie die beiden E-Mails gefunden? Nee, ich logge mich gerade noch in das Postfach ein. Mhm. So. Er tutet immer noch da bei euch im Telefon. Okay. Hm. Bleibt halt nicht aus hier. Sie sind ja nicht der einzige Kunde. Ja, ich merke es schon. Ihr ruft hier gerade schon wieder an. Ja, das ist wirklich mal so eine ganz komische Geschichte. Es tutet die ganze Zeit während des Gesprächs einfach bei dem in der Leitung. Und gleichzeitig ruft mich die gleiche Nummer, mit der ich gerade schon telefoniere, schon wieder an. Also irgendwas scheint mit diesem Callcenter auch technisch nicht in Ordnung zu sein. Denn, ja, die rufen mich ja an. Und gleichzeitig habe ich ja schon ein Gespräch mit denen. Und gleichzeitig hört man auch die ganze Zeit irgendwas tuten im Hintergrund. Also es ist in der Leitung von denen. Das kommt nicht von mir, das Gedute. Nee, das kann nicht sein. Na doch. Wie breit doch ja. Von unserem Unternehmen bin ich zuständig. Ach so. Für Sie. Hm. So, denn, äh, E-Mail soll jetzt angekommen sein, ja? Nee, ja, geht ja irgendwie gerade gar nichts. Sie haben heute Morgen zwei E-Mails gekriegt. No replay. Einmal Eröffnung eines Handelsaccounts und einmal willkommen. Und wer hat das Handelskonto für mich eröffnet? Das haben Sie selber eröffnet mit der Anmeldung. Nee, ich habe mich ja nicht bei euch angemeldet. Das haben wir ja schon klargestellt. Sie haben sich auf ein Werbeportal angemeldet. Auf dem Werbeportal kann man nicht handeln. Dadurch erstellt sich das automatische Konto bei uns. Ach so, okay. Tja, aber das berechtigt Ihnen noch lange nicht bei mir anzurufen. Aber die Firma ruft ja an. Also daran ist einfach zu sehen, dass daran was faul ist, was die hier machen. Tja, Kalterquise. Und der Anruf ist grundsätzlich rechtlich nicht erlaubt. Und wie gesagt, die Bild, die weiß darüber überhaupt nichts über die Webseite. Das ist denen sicherlich zwar bekannt, dass es diese Betrugsmasche gibt. Das kann sein, ja. Aber die Bild hat auf jeden Fall mit dieser Webseite an sich überhaupt nichts zu tun. So, und wie komme ich jetzt mal bei euch denn rein? So, dann öffnen Sie mal bitte die E-Mail mit Öffnung eines Handelsaccounts. Ist noch nicht gekommen. Ich habe so eine E-Mail nicht bekommen hier. Vielleicht im Spam oder? Nee, da ist auch keine. Ja, da haben wir schon das Problem. Webmail habe ich nie eingegeben. Okay. So etwas besitze ich gar nicht. Also, irgendwer müsste sich ja da mit dieser E-Mail interessant gemeldet haben. Ja, weiß ich nicht. Weil wir ziehen uns hier nicht irgendwie aus dem Kopf. Naja, ich meine, von Datenschutz habt ihr ja scheinbar nichts gehört. Wieso? Naja, ihr wisst schon, dass ihr zum Anrufen einen Doppelopt-In braucht, wenn ihr 250 Euro von mir betrügen wollt. Mit eurem tollen Trading-System, was auch immer ihr da so macht. Aber es ist auf jeden Fall wieder eine Seite, die in meine Liste kommt. Ja, okay. Wo seid ihr reguliert und registriert? Steht alles auf unserer Seite. Steht nicht auf eurer Seite. Habe ich gerade probiert, hier mal nachzugucken. Dann sag mir wo. Steht ganz, also wenn sie auf der Seite sind, scrollen sie ganz, 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 ganz nach unten. Bin ich? Und da steht alles. Nein. Doch. Ganz unten. Dann sag mir die Nummer. Lies mir die Nummer vor. Bei wem seid ihr registriert? Lies mir die Nummer vor. So, die Nummer ist ganz unten. Steht Swissway, Swiss Safeway und darunter steht dann alles. Ja, eben ja nicht. Lies mir die Nummer vor. Tja, das kannst du aber nicht, ne? Ja, kommt da jetzt noch was oder habe ich euch jetzt erwischt beim Betrügen? Sie müssen ganz unten gucken. Ja, dann sag mir die Registrationsnummer. So Leute, jetzt nochmal ganz kurz davor, dass ich ja auch mal einen kleinen Ausraster am Telefon bekomme und mich kaum noch selbst zusammenhalten kann. Denn der Betrüger, der ist wirklich einfach nur dumm dreist. 1046. Ja, und bei wem soll ich die eingeben? LLC 2021. Steht alles unten, wie ich gesagt habe. Ja, und bei wem soll ich die suchen, die Nummer? Bei wem soll ich die suchen? Weiß ich doch nicht, wo sie die suchen wollen. Ach, komisch, dass die Nummer nirgends so existiert, ne? Doch, sie ist registriert. Dann prüfe ich es selber einmal nach. Aber was, ich frage mich gerade, was freuen sie denn von mir? Sie haben sich angemeldet zum Beispiel oder nicht? Äh, nein, falsch. Sie haben mich angemeldet und sie haben mich auch noch angerufen. Das sind schon mal zwei illegale Sachen. Ne. Doch, red dich nicht raus. Scheiß Betrüger, hör auf, scheiße zu labern. Du bist nichts anderes als ein Abzocker und ein Betrüger. Wirklich. Also, sie haben sich angemeldet. Nein, hab ich nicht. Scheiß Abzocker. Scheiß Betrüger. Such dir einen anständigen Job. Den hab ich nicht dazu hin. Ja, das glaub ich aber nicht. Ja, das glaub ich nicht. Du kannst mir nicht mal sagen, wo ihr registriert und reguliert seid. Abzocker, Betrüger, mehr seid ihr nicht. Ne, ne. Wirst du dich auf jeden Fall bei YouTube hören können. Nur so nebenbei. Mhm. Na, noch was zu sagen? Also, wie gesagt, sie können alles auf unserer Seite nachdenken. Ne, kann man nicht lügen. Lügener. Natürlich. Ekelhafter Lügener. Nein, das stimmt nicht. Ihr seid einfach Lügner. Abzocker. Ekelhafte Abzocker. Und Lügner. Und das mitten in der Nacht hier. Mhm. Ekelhaft. Einfach wirklich nur widerlich deinen Job. Such dir was Anständiges. Sag mal, schämst du dich eigentlich nicht dafür, was du da für einen Job machst? Schämst du dich da überhaupt nicht für? Wieso? Das ist ein normaler Job. Ach, das ist kein normaler Job. Und du brauchst mir auch nicht erzählen, dass das ein normaler Job wäre. Traust du dich überhaupt noch bei deiner Mutter überhaupt unter die Augen mit dem Job, den du da machst? Das ist doch ekelhaft sowas. Leute zu verarschen. Und das dann auch noch wirklich noch ernsthaft für normal zu befinden. Das ist doch krank, was du da machst. Das ist doch wirklich nur ekelhaft und krank. Ja. Also ich glaube, sie haben zu viel Langeweile. Nee, ich glaube, du hast einfach keinen anständigen Job. Natürlich habe ich den. Nee, hast du nicht. Erzähl mir keine Scheiße, du hast keinen anständigen Job. Das ist ekelhaft, was du machst. Genau. Mhm. Du kannst mir nicht mal sagen, wo ihr reguliert seid. Geht nicht. Weil du kannst es einfach nicht. Nochmal, es steht alles auf der Seite. Ja, das steht da nicht auf der Seite, du Würstchen. Upsi. Da war ich ein kleines bisschen wütend. Naja. Auf jeden Fall hat er es nicht anders verdient. Denn er betrügt Menschen, zockt die Leute ab und versucht, ja, euch euer Geld zu überrauben. Und sowas ruft bei euch an. Also, tja, ich musste hier tatsächlich auch ein paar kleine Schimpfwörter rausschneiden, weil die nicht ganz YouTube-tauglich waren. Naja, machen wir weiter mit dem zweiten Anruf. Und hier haben wir jemanden dran, der auch nicht viel heller ist. Jetzt Handel anfangen, richtig, ja? Ja, von welcher Webseite aus ruft ihr an? Ich melde mich von Flexkapital, Herr Steiner. Von Flexkapital? Genau. Da habe ich mich nicht angemeldet. Also, die Werbung, was Sie gesehen haben, ist auch keine Firma. Das ist die Werbung-Name und deswegen kriegen Sie von meiner Seite den Hof, ja? Diese Werbung gehört unserer Firma. Aha, okay, na dann los. Okay, sagen Sie mir bitte, mit welchem elektronischen Gerät können Sie Ihr Handelskonto aktivieren, mit persönlicher Computer oder mit dem Handy? Ein Telekommunikations-Endgerät. Kannst du da mal die Musik ausmachen im Hintergrund? Stört Ihnen es? Ja, ganz furchtbar am Morgen. Und vor allem so ein Gedudel und Gejaule, mach mal aus da. Leider kann ich die Musik nicht ausmachen. Und dann kann ich dir auch leider nicht mein Geld geben, weil das ist unprofessionell. Mach mal Musik aus da. Das ist unprofessionell. Ja, mach mal die Musik aus da jetzt. Und Sie geben mir Ihr Geld gar nicht. Ja, mach mal da die Musik aus jetzt. Das ist nicht verhandelbar. Musik aus, dann reden wir weiter. Ja, ich das auch, ja? Dann machen wir weiter. Herr Steiner, sagen Sie mir bitte, mit welchem Summe möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Ja, 2000. Also wirklich unfassbar, wie die in dem Callcenter da vorgehen. Mit der Musik diskutieren, ja, und dann einfach weiter im Programm machen, ohne auf das einzugehen, was der Kunde eigentlich wirklich sagt. Tja, das ist typisch für die ganzen Betrüger-Callcenter. Man kennt es halt leider nicht anders. Musik ausschalten ist teilweise unmöglich. Es gibt Callcenter, die machen es dann, ja, aber auch mehr oder weniger nur widerwillig. Tja, aber daran kann man auf jeden Fall erkennen, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Von daher ist es ganz gut, sobald Ihr Musik an einem Telefonhörer hört, von der anderen Seite in einem ziemlich lauten Callcenter, dann wisst Ihr gleich, da ist irgendwas faul an dem Gespräch und man sollte da besser nicht weiter telefonieren. Daran kann man das ganz gut festmachen. Ich meine, dadurch verraten sich die Betrüger-Callcenter im Grunde genommen selbst, tja, wenn man so blöd ist. Aber das ist schon mal einer der besten Hinweise, wo man drauf achten kann. Mit 2000, okay. Und was für eine Einzahlungsmöglichkeit haben Sie? Wie, was für eine Einzahlungsmöglichkeit? Das ist auch immer so eine schöne Sache. Dadurch, dass die ja nur ihre blöden Skripte ablesen und gar nicht so richtig wissen, was sie da machen, fragen Sie die Kunden jedes Mal nach der Einzahlungsmöglichkeit. Ja, was weiß ich denn, was die für Einzahlungsmöglichkeiten anbieten? Also, soll ich mal eine ausdenken oder was ist damit gemeint? Jedes Mal diese dämliche Frage, die ergibt eigentlich nie Sinn. Nicht mal im Ansatz. Aber die steht in jedem Skript von jedem Betrüger-Callcenter, die mit Training zu tun haben. Zauberstab wird es ja wohl nicht sein. Haben Sie Mastercard, Visa-Card? Ja, alles vorhanden. Alles haben Sie. Welches haben Sie? Ja, alles, was erwähnt war und noch mehr. Mhm. Okay. Also dann, wie werden Sie das machen? Ja, selbstständig. Also, ich mache das. Ja, okay. Ja. Dann gehen Sie bitte im Google. Ja, im Google. Bin jetzt im Google. Warten Sie, ich mache mal Google auf. www.google.de Ja. Jetzt bin ich im Google. Okay. Und zeigen Sie bitte Flex Capital. Das ist F wie Friedrich. Äh, ja. Elvi Ludwig. Ja. Evi Ema. Ja, das heißt Emil. Ein X wie Xavier. Oder Xylophon. Dann Tevi Cäsar. Ja. Abi Anthos. Ja. Tevi Tetra. Ja. Ivi Ida. Ja. Tevi Theodor. Das ist falsch. Das heißt Tevi Theodor Fall. Habe ich verstanden, ja? Ja. Dafür ist sonst, ich, äh, habe jetzt keine Prüfung hier. Ja, erzähl mal weiter jetzt. Bei Tevi Theodor Fall waren wir. Abi Anton. Ja. Und Elvi Ludwig. Ja. Tevi Cäsar und noch Tevi Cäsar. Also CC. Genau. Mhm. So, nun? Ja, jetzt finden Sie die Webseite. Ne, jetzt finde ich erstmal die Google-Ergebnisse. Hast du ja gesagt, ich soll das auf Google eingeben. Genau, das habe ich auch gemacht. Genau, jetzt bin ich hier auf Google und sehe die ganzen negativen Bewertungen. Aber machen wir mal weiter. Wirklich? Ja. So, wo soll ich jetzt drauf? Sagen Sie mir, sagen Sie mir, was für negativen Bewertungen, äh, Bewertungen sehen Sie? Ja, da reden wir nachher vielleicht noch drüber. Aber jetzt erzähl mal erstmal, auf welchen der vielen Links ich bei Google jetzt klicken soll. Also, das ist das Thema Flexkapital. Mhm. Ähm, dann sehen Sie das Logo in der Mitte, drei parallele Linien als in der Farbe. Nein, ich bin ja auf Google jetzt. Du hast gesagt, ich soll im Google. So, ich bin jetzt im Google. Und im Google habe ich die Daten eingegeben. Jetzt kriege ich natürlich auch die Google-Ergebnisse und nicht eure Webseite. Ja, und dafür reicht das Gehirn dieser Betrüger meistens auch nicht aus. Tja, die leiten einen jedes Mal auf Google, wollen, dass man Google öffnet. Ja, und wenn man denn Google geöffnet hat und das eingibt, was die da erzählen für ein Blödsinn, dann wundern sie sich, dass man nicht auf deren Webseite angekommen ist. Ja, wie wäre es denn mit dem Zwischenschritt, dass ich mir den Link dann daraus suchen soll? Tja, ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich kennen die nur den Google-Chrome-Browser und vergessen jedes Mal, das Chrome mit dazu zu nennen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist die Masche so dämlich. Da frage ich mich wirklich, wie kann man darauf reinfallen? Weil ich gehe mal davon aus, an ganz vielen Punkten wird man dann spätestens hier aussteigen, weil es einfach nur zu dumm ist, das ganze Gespräch. Ja, und? Ja, und wo? Auf welchen? Nee. Nee. Ich sehe halt die Google-Ergebnisse. Dann funktioniert Ihre Google nicht so gut. Na doch, mein Google funktioniert perfekt, aber ich habe jetzt die Google-Suchergebnisse. Und auf welches dieser Suchergebnisse soll ich jetzt klicken? Ja, das habe ich auch Ihnen erklärt. Also Sie sehen denn jetzt die Handelsplattform. Also sehen Sie das auch. Und habe ich auch gesagt, die Hörbe soll... Naja, welcher der vielen Links ist denn eure Handelsplattform? Ich habe jetzt zum Beispiel hier oben gleich als erstes eine Werbeanzeige. Da steht finfa.vo. So, das nächste, was ich habe, ist flex.kapital. Das nächste, was ich habe, ist personal-reviews.com. Welche Seite ist denn jetzt eure von den Google-Suchergebnissen? Gehen Sie noch unten? Noch weiter runter. Genau. War noch nicht dabei. So, dann haben wir jetzt hier forexbrokerz.com. Dann haben wir als nächstes wallforex.com. Und jetzt kommt erst ihr hier mit. Flexkapital.cc. Soll ich da drauf drücken? Genau. Ja. Mein Gott, gut, dass ich das selber gefunden habe. So, ja, jetzt bin ich auf eurer Seite. Ist so komisch blau und so ein, ja, cremefarben. Das ist nicht blau, sondern das ist grau mit den, ja, goldenen Farben. Ja, ganz toll. Farbenblind ist er auch noch. Blau. Blau und gold, kann man sagen, ja. Grau ist ja nichts. Wie Sie wollen, ja. Das ist kein Problem. Ja. Okay, dann sehen Sie jetzt anmelden. Ja, und als erstes vielleicht gleich ja Annie Deskundin. Gehen wir auf. Aber gut, wir gehen mal auf anmelden, ja. So, jetzt bin ich da drauf. Genau. Sie brauchen keine Annie Deskundin, sondern Sie brauchen Anmeldung, ja. Moment, habe ich eigentlich Glück. So, soll ich jetzt bei anmelden drauf drücken? Genau. Ja, bin ich jetzt. Und dann, was soll ich denn machen? Dann schreiben Sie Ihre E-Mail-Adresse, was Sie angegeben haben. Nein, also gerold.steiner. Hm. At mwzf.fun.den. De, ja. Und das Passwort? Die Passwort ist einmalige Passwort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stimmt's? Nein. Dann großes A, kleines A, ja. Großes A, kleines A und dann 1 bis 6? Genau. Na Mensch, wo ich das wohl her gewusst haben könnte. Tja, bin wohl Hellseher, denke ich mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dann weiß ich schon mal, welches System dahinter steht. So, genau. Ja, ist auch genau das gleiche System, was zu dem Passwort passt. Gut, dann machen wir mal weiter. Was soll ich da jetzt machen? Was sollen Sie jetzt machen? Sie sollen jetzt Ihre Profil ausfüllen. Ist es so gewollt, dass jetzt zweimal Dashboard und zweimal Finanzen und zweimal Handel und zweimal mein Profil und zweimal WebTrader übereinander steht? Genau. Ist es so gewollt? Weil das ist ja kaputt hier. Wenn Sie das mit dem Computer machen und erneuern Ihren Dashboard, Ihre Seite, dann wird das korrigiert, ja? Ne, ist falsch. Das ist nicht falsch, sondern von Ihrem Google ist es... Ist nicht von meinem Google. Ich bin nicht in Google. Ich bin auf Ihrer Webseite. Okay, Sie benutzen Google Chrome oder irgendeine Browser, Internetbrowser, sonst hätten Sie im Internet nicht, ja? Ja. Dann, das Problem ist, erst wenn da ist Ihr Internet langsamer, dann hat die Webseite nicht richtig eingeladen. Das Internet ist nicht langsam. Sonst gibt es das Problem... So, jetzt ist die Musik im Hintergrund wieder an. Jetzt ist die Musik wieder aus. Weil sonst reden wir hier nicht weiter. Wir sind kurz vorm Einzahlen, aber ich zahle nur Geld ein, wenn die Musik bei euch aus ist. Hier, äh... Steiner. Ja, Frau, die mir den Namen noch nicht gesagt hat. Geh mal erstmal, steh mal auf jetzt und mach mal die Musik aus. Schaue Sie, ich hab meinen Namen schon gesagt. Ja. Sie hören mir nicht und Sie einfach... Ja, dann sag mal deinen Namen. Ja, sag mal Name. Nein, ich würde höre dann meinen Namen nicht mehr. Ne? Und ich will mit Ihnen nicht mehr auch weiter sprechen. Also wollen Betrüger nicht, äh... Ja, also wollen Betrüger nicht alles nennen, was da so auf der Webseite ist, oder wie? Ja, der arme Name. Ach, ihr seid einfach nur Abzocker und Betrüger. Mehr seid ihr nicht. Ja, Abzocker. Wirklich? Ja. Unser Gespräch ist aufgenommen. Ja, ganz genau, richtig. Und das kommt dann auch bei YouTube. Das kommt dann auch bei YouTube. Natürlich, natürlich, natürlich. Ja. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich dir nicht. Oh, der Nächste. Tja, ich würde sagen, war wieder ein gelungener Abzockversuch. Beziehungsweise nicht. Tja, sobald man nicht ganz dem Skript folgt, was sie sagen, sind sie völlig überfordert und wissen gar nicht, was sie machen sollen. Man kennt es nicht anders. Ich hoffe, ihr lasst euch nicht betrügen und ich hoffe, euch hat, ähm, tja, das neue Video mit den zwei Anrufen heute gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Vergesst natürlich dann auch das Glöckchen nicht. Und jetzt habt ihr hier noch die Chance, tja, auf die Playlist zu klicken von allen anderen Videos. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020